Ja, liebe Fotofreunde, heute haben wir wieder ein ganz spezielles Thema. Im letzten Video zeigte ich Ihnen ein besonderes Objektiv, nämlich das Anamorphotische. Und in diesem Video geht es wiederum um ein Objektiv, das am Aufkommen ist, nun auch für kleinere Sensoren. Es handelt sich um das Tilt-Shift-Objektiv. Das Besondere an diesen Objektiven ist, dass man die Optikachse neigen kann, so wie Sie es hier auf dem Bild sehen können. Was zeigt sich im Bild Besonderes mit einem solchen Objektiv? Sie sehen hier, dass das Objektiv geneigt ist zur Kamera hin und nicht wie üblich rechtwinkrig an die Kamera montiert ist. Diese Strecke hier ist F, das ist die Brennweite. Ab diesem Punkt hier startet G, die Gegenstandsweite, wo man dann die Distanz hin zum Fokus misst. Das hier ist ein rechter Winkel, das hier also auch. Und das ist der Winkel Alpha, so nenne ich den Tilt-Winkel. Also um diesen Winkel dreht man das Objektiv an der Kamera zur Seite. Das Ganze etwas komplexer gezeigt, da sehen wir die Blende K, die Punkte sind beschriftet, der Bildwinkel hier und wir schiften etwas das Ganze. Das heisst, wir verschieben dieses Objektiv auch seitlich zur Kamera, damit die Bildmitte, gegeben durch die Optikachse, wieder in die Mitte des Bildes zu liegen kommt. Z0 ist der maximal zulässige Zerstreuungskreisdurchmesser und die Strecke Ru ist die Bildweite. Sie sehen hier den Tilt-Winkel Alpha, der ist auch hier zu sehen. Und wenn ich Ihnen nun die ganze Grafik zeige, dann sehen Sie auch hier und hier noch diesen Winkel Alpha, unseren Tilt-Winkel. Wir fokussieren also von R nach G, die Gegenstandsweite geht also von Punkt R zum Punkt G, das ist die Gegenstandsweite und hier in diesem Punkt ist der Fokus. Was ganz speziell ist, bei dieser Art zu fotografieren, ist dieser Punkt S. Das ist eigentlich nicht ein Punkt, sondern eine Gerade, die Sie senkrecht aus dem Bildschirm emporsteigend sich denken müssen. Es ist also gewissermassen wie ein Scharnier und an diesem Scharnier hängen nun drei Ebenen. Zum einen diese Bildebene oder Sensorebene, die Filmebene. Zum anderen aber eben auch die Objektivebene und dazu eben nun auch die Schärfeebene, die sich nun nicht mehr parallel zur Sensorebene zieht, sondern komplett schief, schräg im Raum liegt. Was ist nun ein üblicher Ablauf, wenn man so fotografieren möchte? Irgendwo setzen wir die Kamera hin, wir fokussieren auf irgendeinen Gegenstand und möchten die Schärfeebene schräg im Raum liegend haben. Die Optikachse in der Richtung der Gegenstandsweite bildet mit der Schärfeebene, irgend schief im Raum, einen Winkel Gamma. Diesen Winkel können wir sehr einfach messen. Wir kennen ja diese Richtung der Gegenstandsweite, das ist unsere Fokusrichtung, und wir wissen, wie die Schärfeebene im Raum liegen soll. Zum Beispiel ist mit einem Transporteur dieser Winkel also sehr einfach zu eruieren. Und das hier ist nun der Winkel Alpha. Den sehen wir hier, aber auch da und hier und auch da. Wie finden wir nun diesen Tiltwinkel Alpha heraus? Also wie können wir herausfinden, um welchen Winkel wir das Objektiv zur Kamera schwenken müssen? Die Formel wird überraschend einfach, wenn wir nur einige Strecken neu beschriften. Die Brennweite nennen wir neu X. Und die verbleibende rote Strecke von diesem Punkt Q bis zum Punkt G, das ist also klein g minus f, Die machen wir nun Violet und nennen sie Y. Dann betrachten wir noch den Punkt Q und die Strecke zum Punkt K, färben das Golden ein und nennen diese Strecke Z. Nun gilt doch, dass Z als Gegenkathete durch Y, die Ankathete, gleich der Tangens von Gamma ist. Das habe ich da nun hingeschrieben bei den Notizen. Der Abbildungsmassstab M, den kennen wir aus anderen Videos, ist Brennweite durch Gegenstandsweite minus Brennweite, also diese Strecke durch diese Strecke, sprich X durch Y. Wenn wir nun den Quotienten M durch Tangens Gamma anschauen, also M, X durch Y durch Tangens Gamma, also Z durch Y, dann erhalten wir einen Doppelbruch, den wir mit dem Kehrwert des zweiten Bruchs multiplizieren können, also X durch Y mal Y durch Z. Ja, durch Y mal Y gibt 1, so dass für M durch Tangens Gamma nur noch bleibt X durch Z. Und was ist nun X durch Z? Wir haben hier den Winkel Alpha, aber auch hier. Und für diesen Winkel hier gilt, dass X, die Gegenkathete, durch Z, die Ankathete, der Tangens dieses Winkels Alphas ist. X durch Z ist also nichts anderes als der Tangens unseres Tiltwinkels Alpha. Tangens Alpha ist also gleich M durch Tangens Gamma. Und somit misst unser gesuchter Tiltwinkel einfach der Arcus Tangens von M durch Tangens Gamma. Wenn wir also diesen Winkel kennen, dann müssen wir nur den Abbildungsmaßstab durch den Tangens dieses Winkels Gamma rechnen und auf dem Rechner Inverse Tangens drücken, also den Arcus Tangens finden, und haben bereits unseren Tiltwinkel Alpha bestimmt. Diese Formel habe ich hier hingeschrieben. Und wenn wir hier durch die Optikachse die Bildmitte wieder treffen wollen, dann müssen wir das Objektiv auch seitlich zur Kamera etwas verschieben. Also da etwas nach unten. Und zwar um Shift Millimeter, nämlich G mal M mal den Sinus unseres Tiltwinkels. Diese Formel steht dann hier in der Grafik. Nun, was wird alles scharf in diesem Bild? Sie sehen, dass wir etwas ganz Spezielles vorfinden für den schärfer Raum. Nämlich so einen Keil, einen schärfer Keil. Alles, was in diesem grünen Bereich liegt, wird scharf abgebildet. Und alles, was ausserhalb des grünen Bereichs liegt, ist unscharf. Den nah und den fern bestimmen wir ganz genau gleich wie bis anhin. Dann kommt ein dritter Punkt ins Spiel. Das ist dieser Punkt K. Von dem aus wird der Keil aufgefächert. Nach innen mit Winkel V und nach aussen mit Winkel W. Insgesamt mit dem Keilwinkel S. Und dies bildet dann diesen Schärfekeil. Die Blende lässt sich auch sehr einfach berechnen. Nämlich K gleich F² durch Z0 mal den absoluten Betrag von 1 durch G minus 1 durch DNA oder Dfern. Also so wie bekannt. Diese ganze Grafik ist ein Teil aus meinem Theoriebuch für die Fotografie. Und vermutlich müssen Sie nicht mehr wissen beim Scheimflugchen fotografieren, als Sie hier finden auf diesen zwei Seiten. SU meint zum Beispiel die Strecke von S hier zu U. Oder SR meint diese Strecke von S zu R. Und die lassen sich alle sehr einfach berechnen. Manchmal wird auch mit der Strecke RK operiert. Die nennt man im Allgemeinen J. Dazu finden Sie hier sämtliche Formeln, auch für spezielles Scheimflugschiss fotografieren. Hier sehen Sie den wahrscheinlich wichtigsten Zusammenhang zwischen dem Winkel Alpha, dem Tiltwinkel und dem Winkel Gamma. Also diesem Winkel hier. Weshalb Tilt-Shift-Objektive oft sehr breit sind? Dies liegt daran, dass ein solches Objektiv einen breiten Bildkreis haben muss, um trotz diesen Verschiebungen noch den gesamten Sensor ausleuchten zu können. Wenn wir da also einen Sensor haben, welcher von einem normalen Objektiv so ausgeleuchtet wird, mit diesem Mittelpunkt des Sensors, der ja konstant bleibt, den Sensor können wir ja nicht verschieben in der Kamera, und wir nun durch die Scheimflugsche Fotografie diesen Mittelpunkt verschieben, zu diesem zweiten Punkt also die Optikachse hinzielen, dann brauchen wir neu diesen langen Radius, also ein Objektiv mit einem wesentlich grösseren Bildkreis. Nun, wie gross muss dieser Bildkreis, also der Durchmesser letztlich, mindestens sein unter Verwendung eines gewissen Scheimflugwinkels oder Tiltwinkels Alpha? Diese weisse Strecke ist einfach zu berechnen. Wir haben hier die Bildweite und da den Winkel Alpha, so misst diese weisse Linie B mal Tangens Alpha. Die violette Linie ist die Hälfte unserer Sensorbreite und die hellgrüne Linie misst die Hälfte unserer Sensorhöhe. Nun betrachten wir dieses Dreieck und finden nun diesen Radius, die rote Linie, mit Pythagoras, also diese Kathete zum Quadrat plus diese Kathete zum Quadrat, die Wurzel, gibt dann r. Und wir brauchen ja zweimal r, denn wir suchen ja schliesslich den Durchmesser des Bildkreises. Somit muss der Bildkreisdurchmesser mindestens zweimal die Wurzel sein, von SL1 halbe plus B mal Tangens Alpha zum Quadrat plus SL2 halbe zum Quadrat. In meinem Beispiel ergibt das 55,23 mm im Vergleich zu sonst etwa 43,3 mm bei einem Kleinbildsensor. Nun zeige ich Ihnen ein Testbild, bei dem ich Scheinflugsch fotografiert habe. Das ist G bis hierhin und ab hier sehen Sie die Richtung der Schärfeebene quer durchs Bild. Das ist unser berühmter Winkel Gamma zwischen G und der Schärfeebene. Und alles, was in diesem grünen Spickel liegt, wird scharf abgebildet, während alles andere außerhalb dieses Spickels in Unschärfe abtaucht. Sie sehen am Massband und auch am Teppich sehr gut, dass alles quer durchs Bild hindurch scharf ist, eben innerhalb dieses Schärfeekeils. Und ein Kunstbild, wie man das denn tatsächlich anwenden kann, sinnvoll, nicht nur als Testbild, da sehen Sie eine Seifenschalenreihe, quer durchs Bild gelegt, und jede Seifenschale und jede Seife ist scharf und alles andere rund um diese Kunstwerke herum ist unscharf. Hierhin habe ich ungefähr fokussiert. Dies soll die Schärfeebene werden und das ist mein abmessbarer Winkel Gamma. Mit dieser Formel hier ist dann Alpha sehr schnell gefunden und das sehr spezielle Bild ohne Fokus-Ducking von vorne bis hinten scharf lässt sich zeigen. Es ist auch möglich, die Schärfeebene auf den Boden zu legen, dann schwenkt man das Objektiv nicht seitlich, sondern neigt es nach unten. Und Herrn Theodor Scheimflug hat ursprünglich deswegen dieses Scheimflugsche Fotografieren erfunden, um riesige Landschaften scharf abzubilden, mit einer gar nicht so geschlossenen Blende, weil die Schärfeebene den Boden bildet. Wenn Sie spezielle Fragen haben zur Scheimflugsche Fotografie, dürfen Sie mich ungeniert über diese Mailadresse kontaktieren. Herzlichen Dank fürs Dasein und Zuhören und viel Freude und alles Gute beim Scheimflugsche Fotografieren.